Hahaha, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Mark Your Villain und Leute, wir haben trotzdem, trotz allem Geilem, was hier so passiert, haben wir irgendwie trotzdem ein Problem. Denn die haben bald alle nichts mehr zu essen und ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Stapel, stellen wir noch fünf her. Immer diese Menge im Lager behalten, gar nichts. Herstellen, tu es. So, äh, da sind wir wieder. Wer kann denn noch was herstellen? Ja, die hat hier hinten irgendwo am Straßenende Futter liegen. Aber sie kann Briefe schicken, ich hoffe es werden bald Leute kommen, wir müssen nämlich irgendwie... Irgendwie Leute besorgen. Mach ich mal hier noch eine Tür hin, oder? Ich meine, es kann ja nichts passieren, wir können ja notfalls alles abreißen am Ende. Nur, es muss ja irgendwie mal eine Werbekampagne hier gestartet werden. Oh, oh, Moment, da passiert was, ich hab Pause gedrückt. Ich mach mal hier die günstige mit fünf. Okay, 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 ich weiß schon, wir müssen, wir müssen unsere Leute verstecken. Wir müssen unsere Leute verstecken, wenn die kommen, müssen wir nämlich, jetzt geht's nämlich los Leute, jetzt geht's los. Alle Aufgaben erstmal wechseln, äh, beenden. Okay, und Start. Jetzt müssten die alle eigentlich hier reingehen. Ja. Das ist sehr gut, Opfer kommen nämlich bald an. Äh, und wenn hier die Opfer ankommen, dann darf erstmal keiner hier sein. Das machen wir natürlich, damit die dann hier reinkommen. Und, äh, dann können wir die erstmal hier lünchen und vielleicht können wir da dann wenigstens schon mal ein bisschen Essen rausholen. Weil wir brauchen ziemlich viele Opfer fürs Essen. Die Jungs und Mädels kriegen nämlich Hunger und die dürfen uns nicht sehen. Wenn die uns sehen, kommen die nicht rein. Wir können die erst sehen, wenn die in unserem Haus sind. Okay, jetzt kommt die Action, Leute. Jetzt kommt die Action. Beziehungsweise Okay, sind die alle bewaffnet? Ich weiß nicht, ob die bewaffnet sind. Gut, wenn die drin sind, es gut ist, man kann auch Pause machen und dann Dinge auswählen. Das gefällt mir super gut. Okay. Okay, da sind Oh, sie sind schon erschrocken, weil sie kein Licht haben. So, auf Terry greift die an. Terry greift die an. Lula greift die an. Und Lindsay kann sich erstmal einen aussuchen hier. Okay, und go. Auf sie mit Gebrüll! Holt sie euch! Yes! Okay, sehr gut, sehr gut. Sind alle down? Die wehren sich noch, oder was? Wer lebt denn da noch? Irgendwer lebt noch. Ah ne, das ist ein Körperteil. Okay, Moment, geht mal kurz an die Seite, damit ich hier was sehen kann. Okay, da liegen Sachen rum. Totes Körperteil. Essen. Blut aufwischen. Okay, 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 okay. Ähm, ich war gerade dabei, meine Küche zu bauen. Wow, wow, wow. Konstruktion. Zimmer. Äh, Küche, Küche, Küche. Metzgertisch. Wo kommt der hin? Warum können wir den... Warum kann ich den da nicht hinstellen? Okay, dann stellen wir den Metzgertisch einfach erstmal da hin. Kann man da irgendwie noch eine Tür reinsetzen? Zimmer, warte mal, Tür. Doch, das geht auch. Hier, das auch. Dann machen wir da noch eine Tür rein. Ähm. Dann werde ich die jetzt gleich erstmal alle bauen lassen, damit das Bauen schneller geht. Beziehungsweise einer kann putzen. Aufgaben. Weil sonst haben die ja eh nichts zu tun hier. Wir machen das erstmal alles weg hier. Einlagern muss auch gerade keiner was. Beziehungsweise wir könnten ein Essenslager bauen. Ähm. Dann können die nämlich alle bauen. Konstruktion. Äh. Wände. Wände. Was ziehen wir dann hier rein? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Warum bin ich denn so in Panik? Ich hab alles auf Pause gemacht. Ja gut, die haben nicht mehr viel Essen. Die haben nicht mehr viel Essen. So, es wäre super, wenn ihr jetzt alle mal schön bauen gehen könntet. Der hat geräuchertes Gehirn gegessen. Wo rennt ihr hin? Wo rennen diese Leute hin? Der holt sich Holz von da unten. Ihr habt hier Holz im Lager liegen überall. Naja gut, wir haben quasi nichts mehr zu essen. Wobei, warte mal. Lindsay, du hackst Holz oder was? Ähm. Terry wird auf jeden Fall in die Küche gehen. Das sag ich euch jetzt schon. Hier, du kannst... Ich muss neue Leute einladen. Okay. Achso, da brauchst du hier... Da hat Kreis wieder Murks gemacht. Guck mal, baut doch mal zuerst... Terry, baut doch mal hier zuerst das. Okay, so geht's vielleicht. So geht's vielleicht. Oh Mann. Ach, das wird eine supertolle Villa. Das wird eine supertolle Villa. Äh, eine Einbestellung. Was? Einbestellung zum Treffen der Liga... Der Schurken beordert. Oh, sie haben ihr erstes Opfer umgebracht. Der Bösartigkeitsvertrag wartet bereits auf sie. Es fehlt lediglich nur noch ihre Unterschrift mit zertifizierter Menschenblut-Tinte. Okay. Dann nehmen wir das mal. Vertrag mit der Liga der machialistischen Schurken. LLC. Dieser Vertrag stellt eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen dem Schurken und der Liga der machialistischen Schurken. LLC da. In dieser Vereinbarung werden Bedingungen festgelegt, die bei der Ausführung schurkenhafter Tätigkeiten eingehalten werden müssen. Die Liga der machialistischen Schurken erklärt sich hiermit bereit, dem oben genannten Schurken Bösinium. zu verleihen, sofern besagte Partei die Bedingungen erfüllt, die in Anhang 666b festgelegt wurden. Erstens. Der Schurke muss alle qualifizierte Opfer umbringen. Zweitens. Der Opfer sollte nur umgebracht werden, wenn sie allein sind. Drittens. Der Schurke muss die Jungfrau zuletzt töten. Viertens. Der Opfer sollte nachts umgebracht werden. Okay. Äh. Fünftens. Lassen sie den Hund in Ruhe. Wir meinen es ernst. Okay. Durch das Unterzeichnen oder das überlange Anstarren dieses Vertrages erklärt sich der Schurke mit dem oben genannten Bedingungen einverstanden. Mist. Ich hab schon überlange drauf gestarrt. Ah. Hält sich der Schurke nicht an diese Bedingungen, wird ihm das Bösinium entzogen und erhält eine sofortige Unlebensstrafe, auch als Todesstrafe bekannt. Unterschrift der Liga der machialistischen Schurkenbeauftragter steht nichts. Okay. Okay. Cool. Äh. Haben wir das schon mal unterzeichnet? Terry. Nein. Terry baut zuerst das. Hahaha. Ah. Ah. Da kann man später schön umbauen. Ich hab hier schon ein paar gute Ideen eigentlich, wie man hier so umbauen kann. Weil mein Hauptplan war eigentlich, dass ich dann hier die Hauptwähler hinmache. Wisst ihr, was ich meine? Dass dann hier so ein bisschen Nebengebäude sind, ne, und Schlafzimmer und sowas. Und dass ich dann hier einfach die Wand schon nutze. Dann haben wir hier so einen schönen langen Gang. Ja. Und dann kann man hier nach rechts raus die Fallen und sowas bauen. Das ist so das Ding, was ich eigentlich machen wollte. Okay. Ach, jetzt sagt mir nicht, das Essen gammelt da auch noch weg. Was macht die jetzt da? Okay. Terry macht den Schreibtisch. Das Essen sollte mir da bitte nicht weggammeln. Okay, Terry kann auch gleich der Koch sein. Das ist gut. Jemand hat geschrieben, das ist ganz schön blöd, weil die Leute dann viele Aufgaben haben. Ja, klar haben die am Anfang mehr Aufgaben. Ähm. So. Oh, ich wurde zu Rang 2 befördert. Bring ein Opfer, Umbau, drei abgegrenzte Zimmer, überlebe vier Tage lang. Die Liga der Makavalisten schickt dir folgende Belohnungen. 1000 Goldmünzen. Und du kannst einen weiteren Diener für dein Team anheuern. So, Terry hat Stufenaufstieg. Ähm. Ne, Terry nicht mehr bauen. Terry Küche. Terry macht Küche. Lula pennt gerade. Aber Lula könnte dann putzen. Lula kann gut putzen und das machen. Terry pennt auch. Okay. Ähm. Sie haben mir Gold geschickt. Oh, wir müssen gleich mal wieder einlagern. Das Essen wird knapp und hier, das gammelt weg. Verfault in einer Stunde. Wieso? Tu's nicht, der hat gefurzt. Oh nein, das Essen vergammelt. Unser schönes Essen. Tja, die macht jetzt sauber. Kommen denn dann noch Leute? Werbekampagne. Wir müssen schnell Leute besorgen, sonst haben wir nichts mehr zu essen gleich. Terry, wache auf. Hm. Wo kann ich denn anheuern? Krypte, Infokarte, Forschung, Archivregeln, Rang. Mal kurz Pause machen. Angriffsmodus wechseln. Alle Aufgaben fortsetzen. Das geht hier oben auch. Rang 3. Ressourcen. Konstruktion. Bösartigkeitskarte. Prestigekarte. Krypte. Team Slot. Neun kostenlosen. Stelleneinzeige. DIN-Typ auswählen, auf den die Anzeige ausgerichtet ist. Äh. Achso, muss ich da echt warten? Beziehungsweise. Krypterstufe erhöhen. Wie viel Bösinium habe ich denn? Wo kann ich das sehen? Da. 60. Das reicht noch nicht, Leute. Das reicht noch nicht. Gut, dann nehmen wir erstmal hier die billige Werbekampagne. Wählen die aus, ne? Sehr schön. Dann kommen wenigstens zwei Opfer. Okay, mach du mal weiter. Ähm. Genau, gut. Da ist jetzt sauber. Dann kann die hier Briefe machen. Das ist gut. Okay, die können da auch durchlatschen. Weil, dann werde ich nämlich hier noch, ähm. Dann werde ich hier jetzt einfach noch ein Essenslager draufbauen. So, unser ganzes Essen ist weggegammelt. Das ist natürlich doof. Misstrauen ist 10. So, warum ist Terry untätig? Terry. Was kann Terry denn gut? Terry kann... bauen. Ich hab nicht genug Werbung produziert. Okay, das ist doof. Gestein abtragen. Kann Terry auch gut. Feuer löschen. Falls meins ausbricht, könnten wir bei ihm auch aktivieren. Ich will nur nicht, dass er untätig ist. Das ist doof. Aber der kann ja hier dann noch schön Gestein ein bisschen abtragen. Das ist ihm ja auch zugetragen worden. So, jetzt bringt er die Post weg. Ah, cool. So, jetzt ist Lula wieder untätig. Ähm, naja, bevor Lula ganz untätig ist. Produzier doch einfach mal hier Briefe. Ja, die Leute werden hungrig werden. Aber im Moment, bevor Lula hier ganz untätig ist, putzen muss ja gerade niemand, kann sie natürlich auch immer Ressourcen lagern, ne? Wenn jetzt gerade keine Briefe irgendwie da sind, die genutzt werden müssen. Ich weiß nicht, warum die sich hier unten jetzt das tote Holz holt. Ich hoffe zum Lagern. So, ist die Tür noch nutzbar? Ja. Okay, das ist cool. Das gefällt mir gut. Da muss jetzt noch Boden hin. So, Ressourcen. Holzhacken. Können da oben alle Holzhacken gehen? Hm. Gut gebaut wird gerade eh nicht viel, ne? Lindsay braucht nicht bauen. So, und Lindsay kann auf jeden Fall Holzhacken. Ist immer gut. Äh, und Ressourcen lagern auch. Tracy kann auch Ressourcen lagern. Holz hacken. Der arme Terry, Alter, der ist total überfordert. Guck mal, Terry kann ja mal das hier wegmachen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle was zu tun, oder? Warum hat Terry nichts zu tun? Doch, Terry hat was zu tun. So. Ähm. Konstruktion. Zimmer. Türen. Ich würde ja hier noch eine Tür hinsetzen. Da auch. So, Konstruktion Küche. Was können wir denn in der Küche noch so bauen? Esstisch für den Diener. Äh. Was wollte ich denn hier hin machen? Heimbüro, Küche, Fabrik. Ein Labor vielleicht. Einfache Forschungsstationen. Ich würde sagen, wir machen hier nur Forschungsstationen rein, oder? Ähm, Konstruktionen. Ich mach mal noch ein Ausrüstungslager. Ich finde es gut, dass die da durchlatschen können. Das kann man hinterher auch noch schön machen. Ich sag das immer, hinterher machen wir es schön. Aber jetzt gerade am Anfang geht es ja eigentlich hauptsächlich nur darum, Ressourcen zu sammeln. Hier liegt noch ein Haufen Metall rum. Das finde ich eigentlich gerade ganz praktisch. Steine abtragen. Können die da Metall abbauen? Das ist nämlich auch immer gut. Da ist wieder jemand eingeschlafen. Okay. Mann, du bist nicht der schnellste gerade. Aber hey, wir haben Geld. Warum nimmt der das Holz wieder mit? Ich hoffe, das ist ein Bug. So, es wurde wieder automatisch gespeichert. Ah, naja, äh. Es kommt jetzt demnächst auch ein Update raus. Ein Elektronik-Update. Gut, dass wir noch nicht so weit sind, um Elektronik nutzen zu müssen. Oder zu können. Aber, das sollte sich ja alles auf Dauer dann irgendwie regeln lassen. Fällt einfach mit dem ganzen Zeug in der Hand um. Äh, wir brauchen nämlich dann Forschungspunkte für Nahrung haltbar machen. Verbesserte Opferformel. Druckerpresse. Okay. Ähm. Die Werbekampagne, läuft die noch oder läuft die jetzt nicht? Stellt aber noch einer her, oder? Hör mal auf hier mit dem Einlagern. Wir haben zwei Leute, die einlagern gerade. Und es reicht eigentlich hier, wenn jetzt Tracy Holz hackt und einlagert. Dann kann Lindsay... Ja. Es reicht eigentlich auch gerade so. Ah, ich wusste gar nicht. Also diese Opfer, die gerade da waren, die haben sich natürlich noch ein bisschen gewehrt, ne? Äh, Mist-Town-Stufe ist noch okay. Der Briefkasten ist ganz schön weit weg. Aber hier liegt super viel Metall und so. Boah, da werde ich alles abbauen, ey. Ich werde hier alles abbauen. Und diese peitschende Weide da auch. Und geilsten wäre, wenn ich jetzt hier noch so einen Durchgang bauen würde. Wisst ihr, hier so ein... Keine Ahnung. So ein Tunnel halt einfach. Mit Bücherregalen oder so hinterher. Müsste man mal schauen. Schlafzimmer brauchen die ja auch noch, ne? Hm. Lampe. Opfer kommen bald. Okay, das ist sehr gut. Tracy. Ich muss die alle irgendwo verstecken. Am besten halt direkt nebenan. So, es geht weiter. Oh, stopp, stopp. Oh, Gott. Das hätte ich ja fast übersehen, hä? Ich kann irgendwie keine Stellenanzeige machen. Gut, die werden sich jetzt fürchten. Das gibt nicht so viel Prestige. Aber hey. Wie ihr seht, haben wir hier nur noch zwei so... Komische Blutpakete. Dann können die sich jetzt nämlich gleich auf die Leute stürzen. Die erschrecken sich gleich direkt, wenn die hier reinkommen. Okay. Okay. Angreifen. Terry. Der Psychowalt hat, der geht ab. Lula hier angreifen. Und Lindsay hier angreifen. Okay, Feuer frei. Zack, 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 zack. So. Boah, 20 Misstrauen bekommen. Okay, ähm... Aktivitäten fortsetzen. Achso, hier lagert er... So, warum ist Lindsay eigentlich untätig? Lindsay hat nur was zum Holzhacken. Lindsay, du könntest dann natürlich ein bisschen die Wartung übernehmen. Es dauert bei Lindsay ein bisschen länger, aber... Äh, forschen. Stapel aus, damit lassen wir Forschungsgegenstände... Wer kann denn hier forschen von den Bengeln und Buben und Damen? Zimmer, Labor. Hm. Niemand, der jetzt im Labor super gut ist. Dann geht Lindsay. Äh, ich hab jetzt mal auf 10 gemacht. Ja, Nahrung ist dort auf 10. Dämonische Axt wäre natürlich geil, weil... Dämonische Axt lässt dann... Ich glaub, dann peitschen mich die Bäume nicht mehr. Aber das ist jetzt grad nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir auf Nahrung gehen. Ah, er bohrt ne schöne Lampe. So, guck mal, der Mann bereitet in der Küche was zu. Konstruktionen. Mit dem Wachtturm durchbrechen wir den Kriegsnebel in der Umgebung. Damit siehst du Opfer und alles andere schon aus der Weite kommen. Kann in oder vor deiner Villa gebaut werden. Kein Boden notwendig. Wir tranken Whirlpool. Da haben wir nochmal ne Lampe hinstellen. Oh, die arme Linsie muss jetzt putzen, oder wie? Warum ist Tracy untätig? Tracy, es gibt hier Ressourcen einzulagern. Tracey, wo bringst du das hin? Was hat die mal... Was hat die vor? Okay, also welches Holz sie sich holt, weiß sie selber immer nicht so genau. Warum geht die jetzt durch diese bösen Bäume? So, Forschung. Ich hab einen Forschungspunkt, oder was? Ach du meine Güte. So, Tracy ist untätig, Terry ist untätig. Habt ihr hier schon alles weggehackt? Nö. Und Linsie hat so viel zu tun. Kann ich mehrere Leute an die Forschungsstation schicken, wenn ich jetzt sage... Terry, geh forschen. Dann geht er nicht forschen. Aber Terry ist schon der Meisterkoch. Also wäre das blöd, wenn ich Terry jetzt zur Forschung schicke. Terry forscht mal nicht. Lass mal Linsie forschen. Tracy. Terry kann dann noch pickaxten. Dann hat er auch da was zu tun. So, Tracy kann kein Holz mehr hacken. Aber einlagern kann die doch eigentlich. Warum lagert die nichts ein? Die muss auch auf jeden Fall noch auf Bauen gehen. Hm, Konstruktion. Weißt du, weil die pickt nämlich da hinten die ganze Zeit... Das ist auch blöd. Lula, konzentrier dich mal doch lieber hier aufs Dienst machen. Dann kann Terry das machen und Lula kriegt vielleicht noch Wartung. Dann können wir Linsie ein bisschen entlasten. So. Wände. Einfache Holzwand. Abbruch. So. Wände, Wände, Wände. Hier. Das wird reichen, glaube ich. So, Konstruktion, Zimmer, Boden. Mal das hier. Zimmer, Türen. Kriegt das Räumchen hier noch eine Tür? Äh, naja, und da natürlich so. Sehr schön. Weil dann kann die nämlich... die Post wegbringen, damit Opfer kommen. Post nicht abgeholt. Ist doch einer unterwegs. Dann sind wir ein bisschen gewartet. Weiß denn anstatt, dass Terry einfach Holzhacken geht? Nein, er will bauen. Terry, lass das. Du bist unser Brandschutzbeauftragter und Steine-Picker. So, wie viele werden hier noch produziert? Mal fünf noch. Okay. Sehr gut. So, was macht unsere Forschung? Drei Punkte haben wir schon. Sehr gut. Und dann können wir Essen in der Tiefkultur haltbar machen. Oh, wir können... ...neuen Monstertyp freischalten. Ein neuer Monstertyp. Hm. Teamslot oder wollen wir noch jemanden anheuern? Hm, ich weiß es nicht, Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Pause. Und sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ähm. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und, äh... Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Naja, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hahaha. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. So wollte ich es sagen. Genau. Und, äh... Was ich auch noch sagen wollte, ist... Ich wünsche euch allen natürlich einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingauern. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.